Und jetzt wollen wir in der zweiten Halbzeit richtig loslegen. Oh Mann, das gibt doch nichts. Hier oben ist nicht verkehrt. Hast du dich mit Plus 2 genommen? Ja, aber Plus 2 wieder das Viertel, weil das erste haben wir auch mit Plus 2 gewonnen. Ja, manchmal richtig achten sich zu. Ja, ja, das ist mir schon oft aufgefallen. Ach so. Warum sagst du das für mich? Weil du mir ja nie zuhörst, wenn ich das sage. Wurde ich auch nicht hin? Ja, ja. Oh, für Bosch, ne? Sehr geil. Sehr geil. Das gefällt mir. Du musst das sehen. Genau. Du als Point Guard hast du gesehen, dass der Bosch da ein Missmetall in den Montezu. Ja, jetzt hab ich geschraben. Wie, Hansberger? Okay, verstehst du mich? Ich auch nicht. Das ist nicht wichtig. Aber Harkar hat alles. Du musst die ganze Zeit angekleben. Ja. Kein Abstand, gar nicht. Ja, du hilfst und nicht aus. Wir spielen ja quasi. Boah. Boah. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wir haben jetzt drei offensiv gewonnen. Wir haben jetzt drei offensiv gewonnen. Wir haben jetzt drei offensiv gewonnen. Ja, sonst klappt das nicht. Wenn wir eigentlich, hätten wir uns gewundern dürfen. Ja. Wenn die drei mal werfen. Ach, wieder für Bosch sehr schön. Ja. Wieder, das ist eine Isolation für den Bosch. Da war der Bosch. Ja, da war der Bosch. Ja, da war der Bosch. Ja, ja, ja. Das gefällt mir. Ja, ja, ja. So lange es funktioniert, mach das. Ich finde kein Assist. Ja, egal. Wir spielen das Team. Hauptsache gewinnen, ja. Alles gut. Ich kürze, ey. Der Nimmer kickt irgendwas. Das überläuft auch. Die Matchups passen auch. Also wir haben, wenn die clever sind, hätte der Herr Tichma hochgehen können. Oh, Bosch ist draußen. Okay. Na gut, egal. Hey, Wolf. Joe Johnson, nämlich. Als Verteidiger. Ah, der steht ja gar nicht drauf. Der ist doch lustig. Ja, mega. Alter, krass, ey. Ich war da oben, ne. Dann hat er den nochmal zurückgewieben. Das war eine Airtime. Du bist bewusst, ja. Ja, aber der geht an mir vorbei. Das war aber mal eine Airtime. Oh, da hat er gleich geguckt, ne. Guck mal, wieder in den Nass. Ja, drei, drei. Sehr schön. Neun hoch? Krass, krass passiert. Ja, wir haben jetzt ein Ritzeswürfelgeger, ne. Ja, stimmt. Ritzeswürfelgeger. Ritzeswürfelgeger. Ja, stimmt. Unruf. Habe ich dir gesagt? Geil, meinst du ihn? Mach's selber. Geil, meinst du ihn? Geil, meinst du ihn? Ach, falsche Richtung. Das war doch geil. Danke, danke, Munki. Ja, ja, genau. Hast du selbst bewundert, ne. Oh, hab ich den in den Raden? Das war gut, 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 gut. Die Logs können wir auch jedes Mal switchen von mir. Dann hab ich halt den Jones. Boah, Mann, ist es auch in der Defense Heist. Der Raden, äh, way out. Ey, shit. Ja, Mann, ey. Geht doch. Boah. Ey, der ist gerade heiß, der Heyrod, ne. In dem Viertel des 1-5. Nee, der Defense auch, ne. Ja. Eigentlich hat der Bosch ja gut angefangen. Ja. Oh, yeah, 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 yeah. Drei Punkte spielen wir nicht. Okay, dann ist der Bosch drin, ne. Haben. Ja, Haben. Der von hier hat den Haben. Da bist du. Nein, ich weiß nicht. Oh, Mann, ey. Der Rebound. Ja, die holen viel zu viel auf, wenn sie Rebound. Aber nur auf den Stand. Mhm. Das bringt den ja anscheinend nichts, ne. Ja, weil die immer wieder rauspassen. Oh, geil, das Viertel war echt. Green. Haywood ist draußen, ja. Und es nützt uns auch nicht, wenn Green sind. Wir sind zu langweilig. Ja, das stimmt. Wir spielen einfach die Zeit runter hier, die 24 Sekunden, dann haben wir uns auch noch noch ein Eier angesucht und machen das so. Hol dir einen Block, D und dann hol dir einen. Schnapp dich dann. Dann holst du uns wieder hoch. Genau, das ist Ding ist auch cool. Boah, das ist 2. Der musste sich so drehen. Aber das System ist echt cool. Wie hieß das? Weiß ich nicht. Aber das System finde ich auch in echt ziemlich effektiv. Runter und wieder hoch gehen. Ja, das hieß bei uns früher. Runter und wieder hoch gehen. War ähnlich wie Kopf. Kopf war immer schlecht. Kopf war super. Richtig viel Kunst. Ich hatte noch ein Teil von oben von den Dings. Du kannst ja gar schon mit sein. Schon mal grad wieder gesehen. Ich bin einfach runter. Mit dir pickt oder was? Ja, ich komme dann. Ich habe noch Platz. Das ist faul. Das ist faul. Oh, hättest du den Flutter machen können. Sag mir wie der geht. Nach hinten einfach. Ach so. Also so wie den Spektaklinger lang macht und ohne den Langklub. Ne, nicht langklub. Ohne Sprinten dann mal. Ja, ist ja der Langklub. Auch so schnell. Auch so schnell. Sehr schön. Der Lin hat ja auch die ersten, vierten, letzten Freiwürfe, ne? Ja. Zu, zu, zu. Gut. 12 Punkte. Geil. Also haben wir mit 8 gewonnen. Das ist doch sehr erfreulich. Ja. Und jetzt ist Sister of the Game. Vielleicht ist der Miner auch dicht. Nur noch 5 Sekunden waren. Und Duncan. Ja. Das finde ich guter ist Sister of the Game sein. Stickball. Siehst. Off the Game. Ja, siehst du. Geil. Tsssss. We're all live. Ja. Bam Bam. Und drauf. Sehr schön. Was war denn das? Ja. Lass mich nicht mit rein drauf. Ich hoffe Irving kommt wieder. Irving kommt wieder. Ich hab Prinier. Die Lin gegen Parker. Das passt ja. Guck mal Bosch ist wieder da, falls er möchte. Die, den? Was soll ich nicht ran sagen? Nein, nein. Auf den drinnen. Wasattest du da runter gehst? Ich wusste. Aaaaah der habe mich noch wieder geplant. Ne, ne. Parker. Aaaaah fängt der an jetzt? ... Das ist nicht genug discovery. Ja, das sieht gut aus, dann gehen wir auch mal andersrum. So ist das gut. Der Fournier, der kleinste Oldauer vorne in Lübe. Ja, geil! Und Flotter! Oh, da passt, passt, passt! Oh, da war der ganz frei, der Bursch. Scheiße! Ja, da wollte ich gar nicht so gut sein. Ja, wenn die Großen da vorne sind, dann macht die echt so ein Flotter. Ja, ich hab die noch nie gemacht, also wenn ich so nicht jetzt 6-15 bin. Ja, gut, wir haben uns bei 3 jetzt. Aber wie ist der Alter nicht? Das war Hort, glaub ich, ne? Ja, das war's. Sehr geil. Das sagt mir auch schon. Ja. Ja. Ja, da hättest du immer besser. Geil. Ja, aber warum? Was? Ich hab nichts gesagt. Warum? Ich wollte ja, dass der Bursch das der Ende führt. Ja. 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 Ich hab die Haube auf, hab schon mal geklappt. Ja, nein, bitte nicht! Scheiße! Oh, was macht der? Green Line oder was? Alter, jetzt machen wir das noch mal echt so knapp nach dem geilen dritten Schöpfchen. Warum hat der das denn gemacht? Weiß ich nicht. Ich glaub, es war keine Ahnung. Fuck, ey. Jetzt sind wir auf einem dran, ey. Oh, Moment, das wird noch mal spannend, Leute! Mach mal einen Angriff mit Abschluss von uns? Ja, oder einen wilden. Meinetwegen auch einen wilden. Isolation, ne? Das ist gut. Bleib da. Jetzt krieg ich mit dem Behr den Fick. Ja, geil! Das war mal gut. Normalerweise steht der Asuizel auch auf meiner Seite. Und so, wenn du auch rübergehst, ist noch mehr Platz da. Ja. Das stimmt. Oh, nein! Wie, 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 wie! Den müssen wir haben, den müssen wir haben! Das gibt's doch nicht! Echt, diese Scheiß auf dem Weg! Die freuen mich, das ist geil. Ja, das ist gut. Erstes Team vorerst, aber egal. Wo du dir denn bei dir? Das stimmt nicht. Sehr schön. Also, falls wir noch mal eine Saison spielen, ist ein Paus unter der Stelle mehr. Wenn das geht am Anfang, ja. Ja, am Anfang geht das. Das wäre cool, ja. Ja, das ist ein Rüchtling der Leyen. Sehr schön! 3, ne? Ja, in 3 Punkten. Kein Dreier von Irwin. Äh, von Arkenhaar. Auch nicht sein John Johnson oder der... Nee. Hat der den Namen falsch. John Johnson ist auch noch nicht schwer, ne? Ach, das gibt's doch gar nicht. Ja, lass dich faulen und nochmal... Nein! Noch gut, laut. Zum Brett. Baaang! Sehr schön. Ich komme einfach mal auf, wenn nicht. Aber danke, das war eine gute Idee. Und dann hast du ja ein Nein geschrien, als wenn du das gar nicht so... Als wenn du das gar nicht wolltest. Nee, ich war dran. Mach's. Jetzt. Komm, und schieß drei. Der Foul. Baaang! 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 Dauer. Das ist It's For You Haran. Aber wir waren nur Zweier. Dinn. Dinn ist drin. Let's For You Haran. Wollen wir auch zum Danke gehen, aber das hätte nie mehr greifen können. Also... Wir haben ja... Haben's nur noch mal den Zuschauer... Oh, den Zuschauer drinnen. Nein, da haben wir... Doch mega drinnen. Ja, okay. Nach so einem geilen dritten Viertel dann den Viertel so abzupacken. Haben wir abgeschaltet. Haben wir abgeschaltet. Wir waren mit einem Kopfschirm in der Kabine wieder, ne? Schon den... Du schon für den 2-0. Das auch, ja. Das haben wir schon. Okay, jetzt geht's nach... Hey, what? Charlotte. Best of the Mirror. Ja, der hatte... Gute Punkte. Das war... Der hatte echt eine gute Phase gehabt. Richtig gut, ey. Das war der Dank für den Viertel. Geil. John Player aus The Week. Und würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, ne? Auf jeden Fall. Also, ich... Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Wenn ihr es seid... Bin ich auch dabei. Also dann... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.